hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück nein wir schaden natürlich von anfang an natürlich warum denn auch nicht ach come on das habe ich echt diesen ganzen rot noch mal jedes mal machen wenn ich da hinten verkacke mit diesem scheiß peitschen zeug da so so ultra scheiße ist da haben sie meine meine ein bisschen übertrieben hier jawohl na gut mittlerweile habe ich den dreh raus so 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 Was soll denn das gehen schon wieder? Wie soll ich denn da an das Mittlere herankommen, bitte? Okay, so, okay. Puh, Leute, erster, erster Gegner. Ich habe keine Ahnung, welche Waffe effektiv ist. Schaut aus, ich snappe. Schaut aus, ich nehme. Ja. Ich kriege dadurch ja auch keinen Charme Say what? Wie kriegst du Schaden? Ähm, ich hab ne Idee Okay Das ist der Ball Ausgerechnet die Waffe Die wo nicht ganz so cool ist Ich treffe das Ding nicht Ich treffe das Ding nicht Was ist das für ne Fall? Was ist das für ne Fall? Ich treffe das Ding nicht Ich treffe das Ding nicht WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Natürlich lässt er den also dann runterholen. Oh Gott, Leute, Leute, Leute. Was ist das? Oh Gott. Okay. Wir werden das durchziehen. Wir werden diesen kleinen Dreckssack auch noch fertig machen. Wir haben schon die anderen Dreckssäcke alle fertig gekriegt, aber wenn wir den auch fertig kriegen. Ach ja, so. Kurze Erholphase. Jetzt habe ich so einen kleinen Minijump gemacht. Mist. Ich glaube, ich habe jetzt auch die ganzen Upgrades nicht mehr, weil ich nicht gespeichert hatte. Der ist so lange irgendwie braucht zum Aufladen. Ja, herhüpft nicht. Ach, come on. Ich werde mir jetzt gleich wieder mit dem Aufgrund jagen. Ich will den Dreckssack nicht anfangen, weil ich mindestens einmal sterben werde. Mit Sicherheit. So, wir werden das schauen jetzt noch mal kurz nach. Habe ich die Upgrades? Die Upgrades habe ich komischerweise. Keine Ahnung, warum die dann nicht gewertet werden. Leute, das werden wir doch irgendwie hinkriegen. Leute, das kriegen wir doch irgendwie hin. So. So. vä,vä,vä,vä,vä,vä,vä,juck,juck,juck,juck... vä,vä,juck,juck! Gut! Den Apport hast du noch somewhere. Schau! Schau! Oh Gott, jetzt muss ich den Crackabschnitt echt wieder machen Nein! Missed! Oh! 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 Das ist echt kacke das Zeug dort zu treffen Ja, was ist das? Ah, f*** ich war nie! Nein! Oh, Gott! Äh... Okay. Ich hasse diesen Boss. Er ist jetzt schon so dählig kacke. Wie ich da einfach nicht reinkreffe? Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Es gibt halt einfach auch keine Energie-Teilings hier. Der Kampf ist ultra kacke. Also wer sich dem Boss ausgedacht hat, ey. Hört verprügelt. Fick halt diesen kack Ball! Oh! 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 Gut! Oh! 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 Scheiß Ball! Das reicht nicht. Das reicht nicht. Okay. Buh, buh, buh. Er rutscht nicht. Er rutscht nicht! Receinander! Nein, Negrude! porra Das hilft nicht! Okay. Schön, dass es zu wissen, dass Rush einfach dann Energiesachen wegschmeißt. Leute, was soll ich machen? Ich würde sagen, ich mache eher als ob mal. Nein, versuchen wir mal. Nein, versuchen wir mal. Genau, wenn ich mich gerade kratze, kommt dieser verkackte Hase daher. Ja. Okay. Loh! 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 Etof! Ich hasse diese Stelle. Ich hasse diese Stelle so sehr. Ich hasse sie so sehr. Es ist so ein scheiß Upspit. Es ist so ein Verkacktes. Der Abschnitt. Ein Leben, oder? Wahnsinn! So! Gut, wir haben jetzt das erledigt. So, jetzt muss ich dann nur noch diesen komischen Strich da schaffen. Er ist so ultra kacke. Vor allem, wer die Waffe halt so unpräzise ist. Trifft man den halt einfach nicht. Bis welcher Position treffe ich den dann? So, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder so viel. Woop. Okay. Ja geil, das ist alles da oben rum. Das bringt mir da wahnsinnig viel. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Ich triff dieses verkleckte Scheißviewee einfach nicht da. Eine fette Prinzessin da oben, ey. Oh, okay eh, wir brauchen diese Leck. Das sind die Leck. 没 Votators, die Leck. Ja, das war's. ok gut dann machen wir das so wenn das geht muss schauen ob das ihm schaden macht das ist sehr der interessante aspekt da dran ja es macht ihm schaden sehr interessant das letzte tat nicht der ultra schaden aber ein bisschen schaden hat es schon gemacht und wenn ich halt einfach dort nicht rein treffe diese wegkackten teile da der schuss ist halt aber so lame ja genau das ist auch so kackte man kann sich nicht so schnell umdrehen der kack schuss ja 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 jawoll oh endlich leute endlich oh Gott jawoll sowas von selten und da werde ich auch sagen das war es mit diesem part von megaman 8 wir sehen uns im nächsten part bis dahin haut raus und bye bye ja 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 ja